Wir nehmen an, dass ein Straßennetz an der Position 00 beginnt und sich nach Norden und nach Osten ausbreitet. Die kürzeste Route dieser Straßen ab dem Punkt 00 bis zum Punkt IJ ist I plus J Blöcke lang, I Blöcke nach Osten und J Blöcke nach Norden. Frage, wie viele Routen dieser Art gibt es? Am einfachsten ist, man nimmt ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel IJ gleich 5,3. Wir starten also von 00 und gehen längs eine Route zu 5,3. Zum Beispiel ein Block nach Osten, ein Block nach Norden, drei Blöcke nach Osten, zwei Blöcke nach Norden und ein Block nach Osten. Somit sind wir diese Route gegangen. Osten, Norden, Osten, 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 Norden, Norden, Osten und gefragt wird die Anzahl solcher Möglichkeiten. Also suchen wir die Anzahl Permutationen mit Wiederholung von diesen 5 plus 3, also 8 Elementen, wovon 1, 1, 2, 3, 4, 5 mal erscheint und das andere 1, 2, 3 mal erscheint. Wir suchen also die Anzahl Permutationen von diesen 5 plus 3 Elementen, wovon 1 sich 5 mal wiederholt und das andere sich 3 mal wiederholt. Das finden wir natürlich durch diesen Bruch, Fakultät von dieser 8, geteilt durch die Fakultät von der 5, geteilt durch die Fakultät von der 3. Das können wir sofort verallgemeinern, die Anzahl Permutationen von i plus j, wovon ein Element sich i mal wiederholt und das andere j mal, wird durch diesen Bruch berechnet. Bei dieser Frage wurde nur die Endantwort verlangt. Das war wirklich eine putzige Frage zu einer Aufnahmeprüfung an der Universität. Wir gehen auf Hannah Mard